Liebe Studierende, im aktuellen Wintersemester findet die Universitätsweite Studierendenbefragung statt. Diese Befragung richtet sich an alle Studierenden der Goethe-Universität. Sie haben daher die Möglichkeit, ab jetzt und noch bis Mitte Januar an der Befragung teilzunehmen. Als eine der Universitäten mit den meisten Studierenden in Deutschland wollen wir trotz dieser Größe so nah wie möglich an Ihnen und den für Sie wichtigen Themen dran sein. Es geht uns also vor allem darum, einen umfassenden Einblick zu bekommen, wie Ihre Situation und Lebensumstände aktuell aussehen und wie wir Sie weiterhin oder noch besser unterstützen können. Weil Sie zu diesen Fragen am besten Auskunft geben können, möchten wir Sie auch ganz direkt befragen. Neben Ihrer aktuellen Situation interessiert uns vor allem Ihre Sicht auf die Lehrveranstaltung, Ihres Studiengangs, die Studienorganisation usw. Aus Ihren Antworten wollen wir ableiten, welche Punkte in künftigen Weiterentwicklungen von Studiengängen und insgesamt im Qualitätsmanagement der Goethe-Uni im Bereich Studium und Lehre aufgegriffen werden müssen. Außerdem wollen wir Themenbereiche identifizieren, die sich die Universität für die Zukunft vornehmen sollte. Diese Themen können wir dann zum Beispiel in Projekten zur Weiterentwicklung von Studium und Lehre in den Fächern und auch über verschiedene Studiengänge hinweg aufnehmen und bearbeiten. An der Studierendenbefragung teilnehmen können Sie über den persönlichen Link, den Sie per Mail zugeschickt bekommen haben. Sie können sich aber auch über die Uni-Seite Quiz LSF anmelden und dort auf den Link klicken. Die Antworten werten wir natürlich nach sozialwissenschaftlichen Standards und datenschutzkonform aus. Die Ergebnisse dieser Auswertungen werden in Berichten zusammengefasst, die Sie später online einsehen können. Sie sollen die Diskussion über die weitere Entwicklung der GU in Studium und Lehre erleichtern. Rückschlüsse auf einzelne Personen, die teilgenommen haben, sind dabei nicht möglich. Weitere Informationen zur Befragung und zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite. Fragen und Rückmeldungen können Sie gern an die E-Mail-Adresse befragung.uni-frankfurt.de richten. Lassen Sie mich noch kurz einen Hinweis zur Befragung geben. Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir für die Studierendenbefragung auf Werbeflyer und Werbegeschenke. Stattdessen werden wir für jede und jeden Studierende 50 Cent dem Nachhaltigkeitsbüro der Goethe-Universität zur Verfügung stellen. Mit diesem Betrag können von dort aus Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit sinnvoll unterstützt werden. Wir hoffen, diese Aktion ist in Ihrem Sinn. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von Ihnen an der Befragung teilnehmen. Nutzen Sie diese Chance, Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen. Ich bedanke mich dafür schon jetzt bei Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin ein schönes und erfolgreiches Wintersemester.